Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Hendrik und wir befinden uns heute schon im 29. Video unseres Software Engineering Crash Kurses und in diesem Video werden wir uns wieder mit den Aktivitätsdiagrammen beschäftigen und heute im Speziellen mit den sogenannten Swimlanes. Sehen wir uns zunächst mal an, was wir in diesem Video genau lernen werden. Zunächst werden wir uns mal die Swimlanes in der Theorie ansehen und wenn wir da ein grobes Verständnis aufgebaut haben, dann werden wir uns die Swimlanes in der Praxis ansehen. Starten wir also mal schnell und kurz, schnell und schmerzlos besser gesagt, mit der Theorie. Man verwendet Swimlanes, um komplexe Aktivitätsdiagramme zu strukturieren. Das heißt, es kann passieren, dass du bei der Modellierung an einen Punkt gerätst, wo alles sehr, sehr unübersichtlich wird, denn es kann eben auch sehr komplex werden in solchen Aktivitätsdiagrammen. In dem Beispiel, was wir im letzten Video gesehen haben, da war es eben so, das war alles noch sehr übersichtlich, da macht man sich jetzt gar keine Gedanken, wie man sowas besser strukturieren kann, aber wenn man dann riesige Diagramme hat, da merkt man schnell, hoppla, da müssen irgendwelche Möglichkeiten her, wie man das Ganze strukturieren kann und Swimlanes bieten eben so eine Hilfestellung an und dadurch kann man das Ganze dann eben strukturieren und visuell schöner aufbereiten. Doch wie funktioniert das Ganze jetzt? Was kann man sich darunter vorstellen? Ganz einfach, man ermittelt zunächst mal alle Entitäten, die im entsprechenden Ablauf gewisse Aktivitäten ausführen. Das heißt, eine Entität, das ist beispielsweise eine Klasse oder ein Akteur. Nehmen wir mal an, wir möchten einen Ablauf modellieren, bei dem insgesamt zwei Akteure beteiligt sind, nämlich einmal ein Kunde und einmal ein Mitarbeiter. Und jetzt gibt es eben einen Ablauf, der eben so strukturiert ist, dass er mal vom Kunden bearbeitet wird, dann führt mal wieder der Mitarbeiter etwas aus, dann führt wieder der Kunde etwas aus und so weiter. Und da kann man jetzt sehr schön mit Swimlanes arbeiten. Und wenn man hier jetzt die Entitäten ermitteln möchte, dann ist es eben einmal der Kunde und einmal der Mitarbeiter. So, ich denke, das klingt alles ein bisschen sehr abstrakt. Deswegen springen wir jetzt hier direkt mal in den Browser. Ich habe hier schon wieder draw.io geöffnet. Hier oben haben wir noch das Beispiel aus den vorherigen Videos geöffnet. Und wir scrollen jetzt einfach mal weiter runter. Ich möchte jetzt nicht ein extra Projekt öffnen, sondern die Swimlanes, die baue ich jetzt einfach mal hier drunter anhand eines neuen Beispiels. Wenn wir jetzt hier in draw.io mit Swimlanes arbeiten möchten, dann müssen wir hier unter Advanced gehen. Und unter Advanced finden wir hier diese Boxen. Und da steht Horizontaler Pool 1 und Horizontaler Pool 2. Und da, das können wir jetzt quasi als Äquivalent verwenden, um diese Swimlanes zu repräsentieren. Wir ziehen die einfach mal rein, diese große Box. Und dann sehen wir, wir haben jetzt hier so einen Kasten. Und da gibt es einmal hier so ein großes Rechteck. Da steht links Lane 1. Dann ein zweites, da steht Lane 2. Und da wir jetzt, wie für unser Beispiel mit diesem Mitarbeiter, mit dem Kunden, eben nur zwei Entitäten haben, können wir hier in das letzte reinklicken, in Lane 3. Und die können wir einfach weglöschen, sodass wir jetzt hier nur noch zwei übrig haben. Und jetzt können wir die einfach mal benennen. Wir machen hier einen Doppelklick auf Lane 1. Dann wird das hier oben angezeigt. Es ist markiert. Wir können also einfach den Namen ändern. Und hier schreibe ich jetzt mal hin, Kunde. Wenn ich dann rausklicke, dann wird eben dieses Kunde hier in diese Seitenspalte sozusagen übernommen. Und hier unten können wir das Gleiche machen. Das ist aber jetzt nicht der Kunde, sondern der Mitarbeiter. Damit haben wir jetzt in diesem Diagramm schon mal die Entitäten dargestellt. Und jetzt funktioniert es wieder ganz genau so, wie wir es in den letzten Videos schon kennengelernt haben. Wir haben Startpunkte. Wir haben Aktivitäten. Wir haben mögliche Entscheidungen. Wir haben mögliche Forks und Joints und so weiter. Das können wir jetzt alles hier modellieren. Und hier darf man sich auch nicht verwirren lassen von dieser Grenze zwischen Kunde und Mitarbeiter. Da kann man einfach Pfeile quer drüber ziehen. Das soll eben nur visualisieren. Alles, was jetzt hier der Reihe nach in dieser Zeile steht bei Kunde, das sind eben die Aktivitäten, die der Kunde ausführt, beziehungsweise an denen der Kunde beteiligt ist. Und alles, was hier drin steht, das sind dann die Aktivitäten, an denen der Mitarbeiter beteiligt ist. Und dadurch hat man jetzt direkt ein sehr gut visuell aufbereitetes Diagramm. Denn man kann sofort sehen, was braucht der Kunde alles, was macht der Mitarbeiter alles. Also das ist wesentlich übersichtlicher, als wenn man es hier nach Belieben irgendwie so macht. Genau. Ich möchte gar nicht so viele weitere Worte darüber verlieren. Wir können ja uns jetzt einfach hier mal diesen Startpunkt kopieren. Dann gehen wir mal runter. Den können wir jetzt mal hier einfach einsetzen. Wir sehen hier auch, wir haben hier so ein Minus. Das ist das Coole an so Programmen wie draw.io. Wenn wir da reinklicken, dann wird das Ganze eben jetzt einfach mal geschlossen. Und man kann es auch wieder ausklappen. Dann ist alles, was hier drin ist, wieder da. So kann man eben auch viel übersichtlicher arbeiten. So, hier haben wir jetzt wie gesagt den Startpunkt. Dann soll es jetzt mal eine Aktivität geben. Da kann ich mir die nochmal schnell hier kopieren. Auch die ziehe ich nochmal schnell runter. Dann haben wir jetzt hier schon mal eine Aktivität. Und dann kopieren wir uns gleich noch einen Pfeil. Auch den ziehen wir hier runter. Und dann haben wir jetzt vom Startpunkt einen Pfeil zu dieser ersten Aktivität. Und jetzt könnten wir uns ja mal vorstellen, der Kunde ist jetzt jemand, der am Flughafen ist und irgendwo hinfliegen möchte. Und der Mitarbeiter ist eben ein Service-Mitarbeiter am Schalter. Und jetzt könnten wir zum Beispiel den Ablauf modellieren. Wie sieht es denn aus, wenn der Kunde zum Flughafen kommt und dann sein Gepäck abgeben möchte. Und zwar das, was er nicht als Handgepäck dabei hat, sondern einen großen Koffer. Und jeder, der schon mal geflogen ist, der weiß ja, man muss zunächst mal den Schalter aufsuchen. Und wenn der Kunde den Schalter aufgesucht hat, dann wird da ein Mitarbeiter auf ihn warten. Dann kopieren wir uns jetzt hier nochmal das und den roten Pfeil. So, es wird ein Mitarbeiter auf ihn warten und dem muss er eben die Tickets übergeben. Und wenn das passiert ist, dann ist der Mitarbeiter dran. Das heißt, jetzt kommt hier eine Aktivität. Dann kopieren wir uns diesen Pfeil nochmal. Ziehen wir mal hier runter, hier hoch und hier runter. Und dann sehen wir, jetzt kommt eben der Übergang vom Kunden zum Mitarbeiter. Wir können die Pfeile einfach durchziehen und jetzt ist nicht mehr der Kunde. Die Tickets sind übergeben, jetzt ist der Mitarbeiter dran. Und was macht der? Der scannt die Tickets jetzt beispielsweise. Und danach wird er vielleicht das Gewicht des Koffers kontrollieren und so weiter. Ich möchte es jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich wollte ihm nur das Prinzip jetzt hier in diesem Video erklären. Mit diesen Swimlanes können wir das also schön visuell aufbereiten und strukturieren. Man hat einfach diesen Kasten. Da steht entweder horizontal oder vertikal. Da ist beides erlaubt. In den Spalten die ganzen Entitäten und die Aktivitäten werden dann hier eben im entsprechenden Kasten zugeordnet, dass man das gleich auf einen Blick sieht. Und nochmal vielleicht, um es zu verdeutlichen. Hier ist jetzt gerade alles horizontal angeordnet. Das heißt, es geht so nach rechts, diese Spalte hier. Man könnte das Ganze auch 90 Grad drehen und quasi nach unten laufen lassen. Das wäre dann natürlich auch erlaubt. Das nur zur Information. Das war alles, was ich dir in diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Falls dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben. Lass uns deine Meinung in den Kommentaren da. Wir würden uns sehr freuen. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, unter dem Video auf den Button klicken, abonnieren. Und du wirst nichts mehr verpassen. Das war's. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.